Eine wichtige Säule unserer Gesellschaft ist die Wirtschaft. Auch hier in Brilon sind wir auf unsere Unternehmen in Industrie und Handwerk angewiesen. Sie sichern unseren Wohlstand, sie geben unseren Bürgerinnen und Bürgern Arbeit. Es kommt in der Politik darauf an, dass wir unsere Wirtschaft unterstützen, damit sie auch in Zukunft erfolgreich arbeiten kann. Damit sie ausgerichtet ist auf eine Zukunft, auch dann, wenn die wirtschaftlichen Zeiten mal schlechter werden. Denn nur so können wir unser gesellschaftliches Beisammensein sichern und für die Zukunft erfolgreich gestalten. Es wird also darauf ankommen, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir unseren Unternehmen und Betrieben die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, sich zu vergrößern. Und dass wir innovativen Start-ups, also neuen, frischen Ideen, Raum geben und sie unterstützen, damit auch sie sich entwickeln können zum Wohle aller in Stadt und Dörfern. Kein Symbol steht besser für Natur und Umwelt als das Wasser. Unser Wasser entspringt in unseren Wäldern, auf unseren Feldern und Wiesen. Und es ist das Wasser, das unsere Lebensgrundlage ausmacht. Umwelt- und Naturschutz sind hier das Stichwort. Wir brauchen klare Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt. Wir brauchen klare Maßnahmen zum Schutz unserer Natur. Es geht darum, Brilon und seine Natur und seine Umwelt lebenswert an die künftigen Generationen zu übergeben. Dazu sind wir jetzt in der Verantwortung. Dazu sind wir jetzt bereit und das müssen wir jetzt umsetzen. Bildung ist die Grundlage für eine sichere Zukunft. Unsere Kinder und alle kommenden Generationen verdienen es, dass sie bestmöglich unterrichtet und auf die Zukunft vorbereitet werden. Dazu brauchen sie moderne Fachräume, zeitgemäße Unterrichtsmaterialien, moderne Technik. Unsere Kinder sichern unsere Zukunft. Die Zukunft von Brilon und die Zukunft unserer Dörfer. Deswegen machen wir Bildungspolitik zum wichtigsten Thema. Deswegen machen wir Brilon zum Bildungsstandort Nummer 1 in der Region. Unsere Kleinsten verdienen unsere Unterstützung. Von Geburt an müssen wir das Leben der Menschen hier in Brilon begleiten. Kindergärten, Spielplätze, Freizeitmöglichkeiten, all das steht auf unserer Agenda. Wir schaffen Wohnraum für junge Familien. Und wir unterstützen unsere medizinischen Versorgungseinrichtungen und machen sie zukunftsfähig. Wir stehen für ein Miteinander aller Generationen. Denn für uns ist jedes Leben, ob alt, ob jung, echt lebenswert.